Seit mehr als zwei Jahren tobt in Syrien ein brutiger Bürgerkrieg. Millionen Syrer sind auf der Flucht. Viele von ihnen wollen nach Europa und der Weg führt durch die Türkei. Azaz im Norden von Syrien. Revolutionäre der freien syrischen Armee vor wenigen Wochen unter ihre Kontrolle gebracht. Sämtliche staatliche Strukturen sind zusammengebrochen. Jetzt müssen die Bewohner sich selbst organisieren. Direkt vor den Toren der Stadt kontrolliert die syrische Armee von Bashar al-Assad mit Unterstützung von iranischen Spezialeinheiten, die Zufahrtsstraßen und einen Militärflughafen, von dem aus regelmäßig Angriffe auf die Stellungen der Revolutionäre geflogen werden. Mustafa gehört zur freien syrischen Armee. Er koordiniert die Hilfslieferungen, die aus der Türkei nach Syrien kommen. Vor allem Lebensmittel und Medikamente, sagt er. Er bin, die hey�� ist vom Statisticsen, da Trämel sind. Üstünden? Besuch� air operatoriet. Sellingen drauf. Ja, ja, ja. Spนะ. � publicly when it drei intenai вышien Atat et. Ja, dafür sind eine gute Wohls train. Als nächstes auf unsere empezar los. Und da habe sie direkt vorbeogel��� Yourself kamen entwickelt. , da habe waren bei Mit ngườizeug an der Norden. Hier sind die Nachbarn auf 2 Uhr nach unten. Die Leute machen hier ein Wälder. Die Leute machen hier ein Wälder. Mit den Zocken, mit den Barmar-Barmar, mit den Sägen. Die Sägen-Barmar-Barmar-Barmar-Barmar. Die Sägen-Barmar sind hier ein Wälder. Die sind hier in der Habe. Ist es auf der Wälder? Ist es auf? Ist es auf. Die sind hier auf. Das Gefängnis von Assas. Früher wurden Oppositionelle des Regimes und Kriminelle hier eingesperrt und gefoltert. Jetzt steht es unter der Kontrolle der neu gegründeten städtischen Verwaltung, die sich immer mehr nach islamischen Gesetzen richtet. Der Polizeichef von Assas, Sheikh Yusuf, sorgt dafür, dass hier niemand vergisst, wohin die Reise geht. Auch er gehört zur freien syrischen Armee, in die sich immer mehr Islamisten der Jabhat al-Nusra mischen. Ein Ableger der Al-Qaida im Nahen Osten. Die Revolutionäre wollen vor allem den Sturz des Regimes, während die Salafisten einen islamischen Staat im Sinne haben. Leute wie er sind der Grund, warum sich der Westen mit der Unterstützung der freien syrischen Armee schwer tut. 80 oder 50% von Sürien aus der Zurich sind sind die Was genau das heißt, zeigt sich hier bereits im Kleinen in den Gefängniszellen. Ein ordentliches Gericht gibt es nicht. Die Menschen werden ohne jedes rechtsstaatliche Verfahren verurteilt, verhaftet und eingesperrt. Kriegsgefangene gibt es hier keine. Die werden in der Regel direkt hingerichtet. Sheikh Yusuf betont, dass die Gefangenen hier gut behandelt werden. Die meisten Verurteilten sind minderjährig. Viele sind Waisenkinder und wurden verhaftet, weil sie Hunger hatten und gestohlen haben. Sheikh Yusuf betont, dass das gute Jungs sind. Und wer den Koran schnell lernt, kommt mit guter Führung auch schnell wieder raus. Doch draußen tobt ein Bürgerkrieg. Die beiden Jungs, die keine Familie haben, wollen nach Europa fliehen, wenn sie hier rauskommen. Die Jungs, die Jungs, die Jungs, die Jungs, die Jungs und die Jungs sind. Ich denke, die Schurie wird in der Ende des Augen zeigen. Die Menschen sagen, diese Wahrscheinlichkeit. Aber die meisten Menschen, die Kirche und die Menschen im Namen, da nicht den Wissen beherrsen. Wir sagen nicht mal, dass wir nicht die E-An-I-S-L-A-S-L-A-S-L-A-M. Wir machen die E-An-I-S-L-A-M. Aber die E-An-I-S-L-A-M, der wir den Nabi, Schlechte Nachrichten. Während an der nördlichen Ausfallstraße Richtung türkische Grenze die freie syrische Armee noch gegen Truppen von Assad kämpft, rückt die ISIS, der sogenannte Islamische Staat im Irak und Syrien, von Osten gegen die Stadt vor. Am Checkpoint im Süden von Assad Richtung Aleppo und in der unmittelbaren Nähe zum Militärflughafen ist die Lage verhältnismäßig ruhig. Aber das kann sich jederzeit ändern. Vor einigen Wochen hat Mustafa noch selber an der Front gekämpft. Inzwischen hat er erkannt, dass er das nicht kann. Deswegen hat der Kommandant ihm eine neue Aufgabe zugewiesen. Jetzt fährt er als Bote zwischen den Checkpoints hin und her, denn der Feind hört den Funkverkehr mit. Er ist das, Sie kommen. Hierve kommen die Schlechte und alle Schlechte. Die Schlechte, die Schlechte und Kürzüller, die Schlechte... ...zaten ist es eine Schlechte, das ist es eine Schlechte. Alles klar? Sie kommen die Schlechte, sie in Ordnung zu bekommen. Die Schlechte, die Schlechte alle Schlechte in die Schlechte und alle Schlechte auf der Schlechte Das war nicht. Das war ein Freund, zwei Wochen nach zwei Tagen. Das war ein Freund. Das war ein Freund. Das war ein Freund. Das war uns vor. Das war der Karte. Wir haben hier sehr, sehr schwer gemacht. Was hat man das? Das war ein Problem. Mustafa fährt in einen sicheren Stadtteil, um dort zu übernachten. Nachts gehen hier die Lichter aus und niemand ist mehr auf den Straßen. Am nächsten Morgen. Die freie syrische Armee unter der Führung von Ahmed al-Razali und Abu Anas hat die strategisch wichtige Kreuzung zur türkischen Grenze zurückerobert und die Soldaten der syrischen Armee mussten sich zurückziehen. Jetzt können Lieferungen wieder passieren und Verletzte in die Türkei gebracht werden. Aus der Führung von Ahmed al-Ghazali. Das war die Armee der Armee des Armee des Armee des Armee des Armee des Armeees. Das war die Armee des 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 Ar Gott sch invented die Christen! Er ist ein Brechen! Er ist ein Brechen! Er ist ein Brechen! Die Leute! Er ist ein Brechen! Wir wollen die Menschen! Wir können uns Bolsonaro und ihnen auch mit uns инструментen! Wir wollen die gute Frau, oder uns in der Gesetzgebung. Wir wollen die Mitglieder der Tür. unseren Bebelancen sind in unserer Richtung die Abbeke кров ت misconception dass die Sch fuel am meisten war. Das sind die Chancen die你們 gewesen, über den cousin von Kindern. Die natürliche tin von von Menschen. bumme. Ich rufe Nachfülle von keine Sch apell. Ich rufe Nachfülle von einer Schapfen. Der Weltkны Zion. Schöneום Zeich! Die K Aber� algo! Das ist vorsün crohn! Das ist hervorragend. Das ist gut, Herr97 Yun. Du bist echt... Macht euch! Labbay! Labbay! Labbay ja Allah! Labbay! Labbay ja Allah! Gebeu, Yahshabhab! Allahakbar! Allahakbar! Al-Uanes, das war die Riesenkitee, von der Kirche überwärtet die Mardin auf der Kirche. Die Kirche wurde im Kirche überwärtet in der Kirche, der Kirche der Kirche und aus Kirche, wurde im Kirche überwärtet die Kirche von Orden, die Kirche und den Schwenkisten. Das Church ist es wichtig für die Kirche, der Kirche Dembegrün. Das war die Kirche des Kirche. Die Kirche des Kirche. Allah-Slang und Gott für die Kirche. Umso mehr die Kämpfe in der Nähe der Stadt ausgefochten werden, desto mehr Menschen fliehen vor dem Krieg. Dem Menschen im Norden Syrien bleibt nur ein Ausweg, die Türkei. Die Grenze zur Türkei ist für viele Flüchtlinge geschlossen. Lediglich vereinzelt kommen Frauen mit Kindern durch. Die Grenze der Türkei ist für viele Flüchtlinge. Wir haben hier und hier einen Busch. Wir arbeiten hier und gehen. Wir arbeiten ? Wir arbeiten in die femen, wir denken, dass wir die Schmerzen, die Schmerzen, den in den Talken, die Schmerzen anbüren, die Schmerzen, der stappen des tascheidigen Menschen in der Schule kommen. Wir werden die Schmerzen, der Schmerzen anbüren kommen und den. Viele aber müssen an der Grenze ausharren. Einige sind bereits mehr als ein Jahr in diesem Camp. Sogar einen kleinen Markt gibt es inzwischen hier. Doch die Notversorgung halten viele Flüchtlinge nicht lange aus. Auf Schmugglerwegen schleichen sie sich in die Türkei. Wer es geschafft hat, in einem Flüchtlingslager registriert zu werden, hat die erste Etappe der Flucht geschafft. Kahraman Maraj, 150 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Die Provinzhauptstadt hat etwas mehr als eine Million Einwohner und ist das Wirtschaftszentrum der Region. Am Rande der Stadt wurde für die Flüchtlinge eine Zellstadt für 50.000 Menschen errichtet. Ein Anspruch auf Asyl haben die Flüchtlinge nicht. Sie gelten als Gäste und haben keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis oder andere Ansprüche. Zumindest sind die Menschen hier in Sicherheit und werden versorgt. So geht es nicht allen Flüchtlingen in der Türkei. Die meisten müssen sich durchschlagen, schlafen auf der Straße und arbeiten für einen Hungerlohn. Seit einem Jahr gibt es dieses Flüchtlingslager bereits. Einige haben begonnen, in dem Camp Waren zu verkaufen und Dienstleistungen anzubieten. Auch Schulen gibt es hier. Mehr als 2500 Schüler gehen hier zur Schule. Von der Grundschule bis zum Abitur werden alle Flüchtlingskinder von türkischen und syrischen Lehrern unterrichtet. Mehrere Milliarden hat die türkische Regierung für die Errichtung von dutzenden Zellstädten in der Nähe der syrischen Grenze ausgegeben. Viele von diesen Flüchtlingslagern sind vorbildlich. Neben der Versorgung mit Lebensmitteln gibt es auch eine kostenlose medizinische Behandlung für die Flüchtlinge. Doch nur jeder vierte Flüchtling bekommt einen Platz im Flüchtlingslager. Und wer erstmal einen Platz bekommen hat, richtet sich auf einen Dauerzustand ein, denn die Lage in Syrien verbessert sich wohl kaum. Auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg fühlen sie sich in dieser Zellstadt relativ wohl. Ich bin von der Flüchtlinge, die ich bin von der Flüchtlinge, die ich bin von der Flüchtlinge. Ich bin von der Flüchtlinge, die ich bin von dieser Zolle, die ich bin von der Flüchtlinge, die ich bin von der Flüchtlinge. Wir sind hier ein Schwer, ein Schwer, ein Schwer. Wir wollen alle die Terroristen und alle die Menschen, die in Syrien arbeiten, die in Syrien arbeiten und arbeiten, die in Syrien arbeiten. Das ist der Schwer, der hier ist der Schwer, der er beherrscht. Der ist der Schwer, der er bürgen 40 Jahre, 60 Jahre, um es zu ermutigen. Syrien ist ein Schwer-Belde. Er ist ein Schwer-Belden. Er weiß sie, er weiß sie, und er weiß sie. Er war die Wiener. Sie waren in der Schweiz. Sie waren in Syrien. Aber sie haben sie verletzelt. Es ist ein Echtlalt für die Beine der Asseid. Was ist das? Wir brauchen eine Logistische Unterstützung. Wir brauchen eine Krieg. Wir brauchen eine Krieg. Wir haben hier noch 200 Soldaten. Wir haben hier noch 200 Soldaten. Es gibt noch 200 Soldaten. Es gibt noch 200 Soldaten. Sie können die drei Ketteben machen. Sie können die Arbeit auf der Erde arbeiten. Wir haben nicht die Soldaten. Sie müssen das eine Karstensmacht beenden und die Rechte machen. Sonst wollen die Sie sterben. Wir wollen nicht sterben und nicht sterben. Wir brauchen keine Kirchen. Wir müssen keine Kirchen haben. Wenn Sie eine Kirchen haben, 그다음 sind. Sie müssen ein Kirchen geben. Wir brauchen keine Kirchen mit Gurken. Wir wollen uns anwerfen, und die den Sie bezüglichen werden. Sie sind für Demokratie auf die Straße gegangen, haben gekämpft und fühlen sich nun von Europa und den USA im Stich gelassen. Die Türkei hilft den Syrern. So empfinden die Menschen das hier. Auch Abdallah ist der Türkei sehr dankbar. Er ist aus Homs und musste mit seiner Frau und seinen drei Kindern vor dem Krieg fliehen. Die Türkei und die Türkei sind mit der Türkei und die Türkei sind. Die Türkei und die Türkei sind mit der Türkei, die Türkei sind mit der Türkei und die Türkei sind. Die Türkei ist mit der Türkei und der Türkei ist mit der Türkei und die Türkei kommt. Der ist ein sehr Schmied ist, das ist ein Schmiedesmach. Als wir uns da sind, bin ich auf die Schmiede. Ich habe die Bischung in die Hand genommen. Ich habe die Bischung in den Zeichen gelegt. Ich habe die Bischung in die Schmiede gelegt. Hier, hier. Hier. Der Bischung ist hier. Der Bischung ist hier. Da ist das Bischung. Ich hab die Bischung in der Bischung, in der Bischung. Als Familie haben sie relativ schnell einen Platz in diesem Camp zugewiesen bekommen. Alleinstehende Männer ziehen in der Regel weiter. Als dann die syrische Armee begann, Fassbomben über Homs abzuwerfen, lieb Abdallah keine Wahl. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern flüchtete er über die türkische Grenze. Die Tür ist der Kirchstelle. Die Tür ist der Kirchstelle. Die Tür ist der Kirchstelle. Istanbul – Zwischenstation auf dem Weg nach Europa. Diese Etappe ist die schwierigste Hürde auf der Flucht. In dem Istanbuler Einwanderervettel Aksaray treffen sich Schlepper und Flüchtlinge. Bis zu 5000 Dollar kostet der illegale Grenzübertritt nach Europa. Aber wo findet man einen Schlepper? In einem syrischen Café möchte ich herausfinden, wie Flüchtlinge einen Schlepper finden. Oder sie schauen sich auf die Euronienste und zur Euronienste. Oder sie schauen sich auf die Euronienste. Sie schauen sich auf das Telefonen und auf die Euronienste. Ich weiß, was ich weiß, was ich bin. Da kommen Leute und sie sehen, was sie sehen, in den Kaffee. Und sie sehen, sie sehen, wie die Euronienste und Europa. Oder Deutschland? Deutschland, Russland, Europa. Wo sind Sie? Ich bin aus der Zürich. Ich habe in der Zürich gesprochen. Ich habe aus dem Schrecken aus der Zürich der Zürich. Ich habe mich in der Zürich geschlagen. Ich habe mich in der Zürich geschlagen. Ich habe mich in die Flaschine in Demaschik. Für vier Jahre. Ich habe mich auf der Kanal. Ich mache mich auf die Videos. Ich habe mich auf den Foto. Ich bin seit Jahren in Turquie. Ich habe mir Geld und kam in Istanbul, durch die Türkeische Polizei. Ich habe die Unterstützung für mich. Und nicht nur für mich, sondern für viele Menschen helfen uns. Vielen Dank. Vielen Dank für die Türkei, die Erdogan, die Regierung und den Schaab. Und alle Menschen in der Türkei. Denn wir sind hier bei der Türkei. Wir haben die Türkei in der Türkei, die in Istanbul, Ankara oder in allen Medien. Letzte Station vor Europa ist Edirne. Die historische türkische Stadt ist nur wenige Kilometer von Griechenland und Bulgarien entfernt. Der Grenzfluss Meric ist zwar nicht sehr breit, aber dafür hat er sehr türkische Strömungen und ist an einigen Stellen versumpft. Viele Menschen sind auf der Flucht in diesem Fluss ertrunken. Der Journalist Ibrahim beobachtet die Fluchtbewegung und die Gegenmaßnahmen bereits seit länger. Wir haben das so, dass sich die Fans nach in Deutschland verletmt. Wir sind zugemacht, dass das Landat 어쨌든 die Aussagen variiert wird. This Wahl gibt die Führungsschatt Ibrahim informiert sich beim Kioskbesitzer Murat über den aktuellen Stand der Dinge. Er wurde direkt hier an der Grenze geboren. Mittlerweile ist die Grenze hermetisch abgesichert. So sehr, dass der Bürgermeister von Karaach, A. Korkan, sich über den massiven Grenzzaun beklagt. Ich habe eine Warte, die in der Kork, die wir nicht mehr, sondern wir haben, die wir nicht mehr. Wir sind die Böse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse, die Böse. Jetzt kommt hier keiner mehr durch und die, die es trotzdem versuchen, landen hier für 15 Tage in Untersuchungshaft, bevor sie zurück ins Landesinnere gebracht werden. Direkt gegenüber der Haftanstalt hat Bekir sein kleines Café. Da die Flüchtlinge das Gelände nicht verlassen dürfen, hat er aber keinen Kontakt zu ihnen. Die Männer hier sind unter sich. Ich weiß, dass sie nicht mehr, um das zu wissen. Also, es ist keine Ahnung, weil Sie sagen, es ist nicht mehr. Wir sind die Flüchtlinge der Schenke, immer noch nicht. Aber die Flüchtlinge der hat, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge mit diesen Kräften, Für einige Flüchtlinge endet die Reise vorerst in der Haftanstalt an der türkisch-europäischen Grenze in Endirne. Wenn sie wieder auf freien Fuß sind, werden die meisten es wohl wiederversuchen. Auf der Flucht vor Krieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017